Hallo und willkommen zurück zu Annofer gefahren Daisy, die wohnen ja Zu anderthalb Ja, ich weiß nicht wo du bist Feuerwehrstation Ja, ich weiß nicht wo die ist Nein, nein, von der Polizei Ok, wo bin ich? Nicht schlecht Ich hab echt keine Ahnung wo ich hier bin Oh, noch ein Zeltag, alter, es langt Ja, ich weiß, wenn ich mal das Militärzeltag Stimmt, das haben wir gar nicht Ne Leuchtpistole, ok, das ist geil Na endlich Das mag ja meine Gesichter glücklich Deine Gesichter glücklich? Si, Senorita Senorita, da, da, da Es ist keine so stark wie die da Sie schlägt dir in dein Gesicht Die Aldi Die schläge ich dir in Sie Arohrzange hatten wir ja schon, ne? Ja Brillant, aieieiei Also irgendwie fehlt hier noch was Ah, hier, ne, da komm ich nicht rein Hm Noch mehr Essen, alter, es gibt sogar Ich fress schon immer alles auf, damit es irgendwie wegkommt Und ich krieg hier ja auch nichts, ey Mosing-Kompensator preisst du nicht, ne? Hab ich dran Habt ihr gehört? Ist das schon dran? Ist das schon dran? Ist das schon dran? Alter, mein Essen und Trinken geht nicht hoch und nicht runter, ne? Na gut, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht Ja, Problem ist halt Ich hab so viel Fressen dabei Dass du gleich definitiv irgendwas kriegst Auch wenn ich das dann wegschmeiße So, ich hab schon wieder einen LKW-Reifen Du bist ein LKW-Reifen Den nehm ich auch mit Dich nimmst du mit? Ja Siehste? Es fehlt eine Reihe nach unten Dann könnte ich einen LKW-Reifen in meinen Dings packen Scheiße, weg damit Oh, verbraucht er 100 Platz, der Reifen? Hm Ah, da unten steht das blaue Zelt schon mal Das ist schon mal gut Dass ich das schon mal wieder gefunden habe Ja, ich komm dann mal so in die Richtung wieder zurück Ja Hab dem scheiß Reifen in der Hand Oh, hatte ich schon mal So eine Axt habe ich übrigens nicht hiervon Eigentlich müsste ich die Häuser hier links rum noch absuchen Weil es kann halt auch sein, dass da äh, im Umkreis immer noch was davon spawnt Werkstarko Müsli Ich hab mir nervt, um die Häuser durch zu gucken Da komm ich nicht drüber Da muss es lassen 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 Lass es laufen Hä? Ah Hast du irgendwo noch ein zweites Zelt aufgebaut? Ein blaues? Ach, daneben Wow Das sehe ich jetzt erst Hast du vorhin gesagt, dass da ist es Ja Hast du vorhin selbst gesagt, ich hab's aufgebaut Ja Kick Ja Ja, doch eigentlich schon Finde ich, also, dolle Ja 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 Ich hab eine Löchpistole Da kommt jetzt erstmal ein Schuss rein Weil mehr, ne, ich reinpasse Und zwar die blaue Ich will lieber noch ein Echt haben Eine Löchpistole Ja, das wär ganz cool Silvester wärs cool Ja gut, aber ist die legal in Deutschland? Ich glaub dadurch, dass man sie nicht kaufen kann, glaub ich nicht Ach, kann man gar nicht kaufen, ne? Also ich hab's jetzt nicht davon Höchstens auf irgendwelchen, ja, auslöhnischen Seiten Ja, gut, da würd ich aber auch nicht bestellen Weil, da haben sie deine Adresse Ja, da gibt's die einfach standardweise bei Amazon, weißt du Wow Alter, scheiße, glaub ich, riech Wie kann das sein? In der Richtung, oder? Wo ist das Bullenhaus? Zeig nicht Polizeihaus? Ja Ach ja, gut, klar Warte mal Ich geh mal kurz ganz hoch aufs Dach Vielleicht seh ich dich dann Ich seh noch nicht mal das Bullenhaus Wie willst du mich denn sehen können? Oh Eigentlich hab ich das nicht vorhin gesehen, aber es müsste jetzt Hinter irgendwelchen Bäumen sein, und jetzt seh ich das nicht mehr Ich hab keinen Bock nochmal zurück zu laufen Ich bin grad schon so weit mit dem Scheißreifen Das ist gar nicht so weit Du bist, glaub ich, dann wirklich falsch gegangen Siehst du irgend so einen ganz langen, hohen Schornstein? Ja, da lauf ich grad wieder Von weg? Dass der rechts von mir ist Genau, der hinter dir muss der sein Na gut, je nachdem, in welchem Richtung ich bin Ja, genau Ja Ja Ich lauf jetzt wieder zu den Häuser-Richtungen So was das Ding rechts von mir ist Dann müsste das Ding auf eine Straße kommen, die nach links führt Eventuell zu dir auch Vermute ich jetzt mal Ich versuch dir mal entgegenzukommen Mal gucken Mit Auto? Ne, das Auto ist zu weit weg Das kannst du eigentlich Hier ist ein Zombie Spielzeug hab ich auch nochmal mitgebracht Na gut So, da ist das Feuerwehrhaus Also ich bin jetzt gleich am Feuerwehrhaus Ach, da bist du Da bist du Gut, dann komm rüber Oder geh direkt links Geh links Das müsste schneller gehen Und gerade zu jetzt nur noch Nur gerade Sneakers drin Und das war's Genau Gerade zu und dann rechts hier, ne Ja, da hinten Oh Gott, ist das noch weit Ganz hinten stehen die Ah, siehst du die Zelte von da aus, was? Jo Gut, ich mach kurz nen Cut Ich weiß, ich muss das Video zusammenschneiden Aber ist egal Bis gleich Oder bis jetzt So, willkommen zurück Jetzt kann es weiter gehen Er hat schon ne Rifle weggebracht Denk ich mal Hoffe ich mal Würde ich mal meinen Schätzen sagen Ja Und dazu braucht ihr auch ein neues Zelt Ach ja, gut Ja Chupy, Charf, Charf Chup, 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 chup Hm Wow Oh nein Noch ein Zelt Boah Alter, was aber Es drückt schon wieder Wirklich so langsam ist wirklich gut Und über diese hässlichen Wo nichts reinpasst Ja Ja, vielleicht kann es sagen Ich finde die jetzt gar nicht so hässlich Weil du kannst die einfach überall aufmachen Wie du willst Und so Ja, das Rote finde ich ganz hübsch Aber der ist Schmutz Ja, der gelb Gelb-Rote ist pottenhässlich Oh ja Ist schon eigentlich schon fast Beleidigung Keine Sorge Ist nur ne Elfer Das weiß noch nicht was mit ihm passiert Wenn man über ihn redet Der Gerät Ich packe immer das Messer weg Hau hoch Hat er es nicht gesehen Linn Ist so extra um die Ecke Linn So Wow Okay, jetzt müsst ihr nochmal zurückspulen Falls ihr es nicht gesehen habt Ich habe es echt nicht gesehen Alter, drei Zelt, die schon wieder poppenvoll sind War fast Mhm Oh gut, da ist schon ein Reifen drin Ja Gehen wir mal zurück zum Aldo Zum Aldo Hey, warum habe ich Lehm verloren? Achso, jetzt haben wir halt nicht einmal Kannst du mir auch mal was zu essen geben? Hier, ich verdorste ja bald Schmeckst du Erdbeeren raus? Ich fühle sie auf jeden Fall saftig an Oh, verdammt, ich habe dir den Deckel gegeben Oh Ach, ist egal, wir haben genug Fleisch Warte ich nur die Strohschwinde, damit es sich lohnt Wow Und mein Messer ist demoliert Ja, mein ist ekelig kaputt Also ran weg Guck, wie ich aufstehen stein schneide Der Stein ist das wichtige Den muss man immer zuerst treffen, bevor man das Tier trifft Selbst gehen Und dann richtig schön durchziehen Und dann, siehst du, siehst du Einfach ganz normal Wie viel Wahnsinn Zwei Nuggets was? Ne, zum rechts der Flügel Die Flügel auch nur, na super Der Federn Da wo einfach nichts dran ist Warte mal Das ist in die Richtung da hinten Ne Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Ich bin jetzt ein bisschen ZOMBIE LINKS, PASS AUF Ja rechts auch Vor uns auch noch welche Oh Ah Der verfolgt uns echt nicht Ah der bestimmt Ja der jetzt hat Zu mir Alter Sein Kopf hat gebingt Ich kann nicht zuhauen Da kommt noch einer Noch einer? Ja es kommt noch mehr Ah ne doch nicht Doch los 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 Da hab ich noch eins Du stehst bei mir du hängst Oh verdammt Oh bitte häng ich nicht da auch irgendwo in der Luft alter Ah fuck du stehst Oh Ich bin da Tür zu Der ist schlecht Das darf nicht passieren Ne Okay Du hast schon Schalldämpfer Ich mach jetzt mit meinem Revolver Der ist extra leise Wow Eiskalt Komm Kalle Du machst die Tür auf Ich schieß raus Du machst die Tür wieder zu Feuer Rechts Rechts WTF Kommt nur in eine Richtung Wenn der Tür auf macht Alter Schwäge Da kommt noch einer Oh verdammt Da kommt noch mehr Ah WTF wie schnell war der drinnen Warum stirbt er nicht? Weiß ich nicht Oh oh jetzt hast du Ja ich vergesse jetzt hast du geschossen Ich weiß Ich fand's geil Der hat ein Seil Woop woop This is the side of the police Woop woop Oh mein Gott Der hat mir mal zu Mach zu Alter kam ne ganze Horde Verdammte Scheiße Geh weg Geh weg Der ist oben Der ist oben Durchgepackt Wow Alter bewegt euch doch nicht Oh jetzt kommen sie Alter Alter Schwäge Was ist hier los? Alter Schwede Oh Alter Schwede Ich muss nachladen Ich hab auch Fertig Mann ich hab nur 20 Schuss mitgenommen Ich hab nur 5 Schuss und nachladen dafür Alter voll ich mach die Tür auf und da sind Die kamen alle richtig an Ja wir riech erschrocken So lass mal einen vorkommen hier Ich nimm ich mal mein Gewehr Äh einer ist da drinne Ich hab das richtig gesehen Ich hab das richtig gesehen wieder Das meint ich Das meint ich Der kommt Oh Alter Oh Gott Noch ein verballt Noch ein verballt Mit der fuck Warte mal Fuck 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 ey Fuck ey Alter wie schwer das Magazin leer geht Alter wie schwer das Magazin leer geht ey Voll automatisch scheiße Ja Hab ich noch nicht umgestellt Alter Schwede Okay Das war's mal Beans Endlich finde ich auch mal was Rucksack Warnweste Ich glaub sonst nichts Der hat noch nen Helm gehabt Okay So Das hat auch mal wieder Spaß gemacht Ja das war wirklich ein bisschen viel Oh ja Wasser desinfektions hatte der Herbst Geil Neun Stück ne Ja Hat sie gar ganz schön gekrallt Ich hab das gesehen Bitterung Jens schneller Das stimmt Das stimmt Oh ja Oh ja Nicht nur da Warte was Ich war jetzt traurig Warte was Hier brauchst du noch Bandagen Ich hab schon wieder welche Äh hier ich geb dir auch mal was Hier Oh ja Ey Bandagen Achso Achso die hab ich schon volle Volle Dann schmeiß weg Ich hab die auch Nö nö Ich pack einfach die 10 Stück weg Und nimm die 6 Stück Die ich jetzt habe dann mit Dann passt das schon Schmeiß doch dich weg Alter Ich muss das jetzt jetzt mal machen Boah er hängt schon wieder Boah ist nicht weiterlaufen Okay Na los Tatsache Du ist auch ein Wood server Alter Ja Jetzt jetzt Boah Tür ging zu Gut Gut Okay Ah Ah die 6 Schuss von dem Revolver geht ne relativ schnell leer ne So wie wie nichts irgendwie fast Ja was soll ich denn sagen Ich hab hier grad mit der SG 5K kurz geschossen und zack Ja Gut okay Ich hab auch gedacht dass ich auf halb Also auf Einzelschuss hab Leider nicht Das war halt mein Fehler gewesen Dass ich nicht drauf beachtet hab Da ist unser Auto Braucht ja noch ne Batterie ne Scheiße Wo stand das Auto hier überhaupt Was war das denn grad Du hast grad nen Kanickel oder sowas Komisch gefiept Ich durfte mal als erstes einsteigen alter ich glaub's ja nicht Weltpremiere So Kalle wir haben 3 Autos ne Naja Das heißt immer noch nicht rumfahren Ey WTF Ist auch eng hier Achja das fast steht hier auch noch What the fuck Alter Ich brems schon die ganze Zeit Ich hab die ganze Zeit nur noch S und A gedrückt halt damit ich umgelenken kann Das backt halt grad die Sau Ey Ich glaub wir sollten Ich weiß nicht entweder zum Auto hinfahren oder zu den Zelten vielleicht Schluss machen erstmal vor heute Ja 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 Zum Zelten wollte ich Dass das aber noch richtig aus ist oder so erstmal eine Weile Vielleicht dass er nochmal ein Backup machen kann ne Dann haben wir erstmal Ruhe Ich hoffe dass er heute mal ein Backup macht Achso ja Wir haben jetzt seit 3 Tagen kein Backup bekommen Ja Und bei diesen ganzen Bugs hier wollen wir ein Backup haben Äh Wir sind falsche Fahner Juu Wir hätten da links runter er muss Juu Mir steht ein rotes Auto Juu Juu Gut machst das Kevin Juu Super Kevin Hehehehe Nein du tank Dankeschön Ich muss weiter machen Super Kevin Super Kevin Dankeschön Nein du tankst Super Kevin Dankeschön Ich weiß Das ist ein Diesel Hehehe So geil So geil Hattest du dir gesagt wir haben nur ein grünes Fass? Wo ist denn das? Boah Was ist das hier nicht? Es ist ziemlich eintönig bis zum Spiel mit den Zelten und den Fässern Und den Autos Das Grün ist ja irgendwo links stehen Ne Hier Hier sind wir doch heute dran vorbeigelaufen Ah ne es ist das andere Dorf Ne ja stimmt Oder Stadt Man denkt das Auto stappt nicht zu einer Art in irgendwelchen Gebäuden ne? Ja Ja mitten auf der Straße praktisch da vorne sind die Zelte Am besten noch vor der Barrikade nicht dass das da irgendwie dazwischen irgendwo ist oder so Ja Aber viel auch nicht unbedingt Hier Und gerade Brems Schrott Auto Gut Wir werden das hier nochmal ganz kurz ausräumen Die Zelte soweit Ok ich mach mich erstmal leer Und das machen wir hinter der Aufnahme Das ist jetzt wieder nicht so interessant Ok Dann vielen Dank fürs Social-Arbeit die mich gibt auch noch auf dem Schreibtinkomptar Wie euch das viel gefallen hat Tschüss Tschüss